Mal euch dieses herrliche Kuchenbuffet ans Herz legen, der also gerade erst dazugestorfen ist und gar nicht zugreift, ist selber schuld. Alles sehr, sehr lecker, wir empfehlen den Weg von links nach rechts und wieder zurück und ein Käffchen dazu. Lasst euch noch ein bisschen nieder, dann noch einen Song, bevor wir dann unsere liebevoll eingerichteten CD-Player übergeben. Kommt vielleicht auch nochmal unser Holger ein paar wichtige Worte an das Volk richten wird oder auch nicht, dann wird er Ihnen das morgen im Sender tun. Ab wie viel Uhr bist du morgen wieder? Ab 5, 10 Uhr, also ab 5, ab 5, du hast 3 mal, achso, 5 bis 10, 5 bis 10 ist Holger wieder zu hören bei einem Radiobrocken. Aber auch nicht vergessen, eine Möglichkeit, vielleicht Teile des heutigen Tages heute Abend noch im Fernsehen zu sehen, ab 19 Uhr im Sachsen-Anhalt heute. Könnt ihr vielleicht euch sehen, wenn ihr Gründe habt und würdet eingefallen, dann heute Abend vorm Fernseher vorher noch ein Schnittchen machen. Oder noch besser, eine schöne Suppe aufwärmen und dann vom Fernseher. 19 Uhr, Sachsen-Anhalt heute, da könnt ihr Teile dieses Tages im Fernsehen sehen. Und jetzt seht ihr nochmal uns oder hört uns zumindest mit einem wunderbaren Song, mit dem wir uns von euch langsam aber sicher verabschieden möchten. Ein Boogie Boogie, man nennt sich Allgatt der Boogie. Ich nöre Prafee, ich nöre Prafee, ich nöre Prafee. Ich nehme ein Земl, als aufwärmen und dann Euch noch ein paar Warten zu gehen. Dibogie-dibogie-dibogie-dibogie-dibogie Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018